Willkommen zur nächsten Folge von Uncharted 4 ist Thieves & Wir haben gerade Schüsse gehört, das heißt unsere Vermutung ist noch, dass Sam lebt. Also mal schauen ob wir ihn jetzt diese Folge finden. Ist schon sehr groß dieses Schiff, muss man sagen. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das stimmt, ja. Schon sehr beeindruckend. Dann gehen wir hier erstmal weiter. Und geschafft. Gehen wir hier weiter. Mal schauen ob hier oben vielleicht ein Schatz ist oder ähnliches. Oh. Das ist ein gutes Zeichen, das weiß ich auch nicht. Oh. Ja, wir müssen decken suchen. Okay, erschossen. Auf uns wird aus der Ferne gezielter unten. Wir leben noch. Weil unsere Dicken nicht mehr, deswegen gehen wir hier mal rüber. Oh, das ist Elena. Die beiden sind ausgeschaltet. Erstmal wieder regenerieren. Und wieder regenerieren. Deckung wechseln. Und wir haben wieder neue Deckung gesucht. Oh. Nur noch Handfeuerwaffe. Okay, er ist tot. Hier scheinen generell alle tot. Oh. Ja. Komm. Du war da. Oh, M4 Custom. Das ist, glaube ich, sehr gut. Mal hier wieder in Deckung gehen. Ja. Oh, ich sehe wieder nichts. Nein, nicht getroffen. Du musst ja bei denen auf den Kopf ziehen. Er ist ausgeschaltet. Er auch. Und auch er. Oh, fuck. Keine Muni mehr. Müssen wir ihn so besiegen. Mann, da sind wir gestorben an ihm. Wir hätten unsere Munition besser einteilen müssen. Nicht alles auf ihn verschwenden. Oh Gott. Dann übereilen wir uns direkt, dass wir diese M4 bekommen. Warte. Erstmal. Erstmal die Schüsse mit dieser hier abfeuern. Ich hoffe mal, das hat was gebracht. Das war, glaube ich, ganz gut. Jetzt gehen wir hier in Deckung, regenerieren, holen uns die Waffe und dann geht's weiter. Müssen wir mal schauen, ob wir treffen diesmal. Sehr schön. Stimmt, wir haben auch noch Granaten. Hoffen wir mal mit treffen. Der war zu weit. Wenn sie da hochkommen. Ja. Oh. Okay, der nächste ist ausgeschaltet. Das ist schon mal gut. Ja. Und jetzt. Zeit und Pause. In Deckung. Mann, das gibt es nicht. Ah, sowas regt mich ja auf. Warum? Müssen wir besser treffen. Ja, und jetzt greifen wir von oben hier an. Ihr seid endlich mal ausgeschaltet. Oh, oh Gott. Okay, runter. Fuck. Oh mein Gott. Okay, mit diesem Schuss müssen wir wirklich treffen und am besten schon etwas früher. Erstmal hier reinfliegen und regenerieren. Okay, er zieht aber auch ganz schön. Okay, er wurde aber ausgeschaltet, aber wir haben keinen Schuss mehr. Das ist ein großes Problem. Er hat sie. Eine Kiste. Der dritte Tod hier in dieser Sequenz. In dieser Folge. Nein, wir schauen uns das nicht an. Wir schießen direkt hier. Er hat zurück hier. Alle, die da kommen wollen, haben erstmal was abbekommen. Okay, die Schüsse waren sehr gut. Oh, wie lange kann er den Wind schießen? Ich will generieren. Sagen wir mal, haben wir wieder ein Problem. Oh, da kommt er. Jetzt komm. Ähm. Jetzt müssen wir eben mal schwimmend entkommen. Yes. Ah, desto mehr halten sie aus, ja. Ah, okay, das ist quasi nur eine zweite Waffe. Ich sehe leider keine. Und wir sind wieder im roten Bereich, das gibt es nicht. Oder im grauen Bereich, aber es ist ein Uncharted. Jetzt ist hier der Nächste. Dann bringen wir direkt so um. Oh, da ist schon wieder jemand. Und erschossen. Ich glaube, die Waffe können wir hier nicht mitnehmen, von daher gehen wir mal so weiter. Und die Barock macht ordentlich Schaden, das ist auch gut. Ja, so schnell bin ich nicht. Ich muss mich jetzt hier auch erst mal wieder ausrüsten. Okay, jetzt ist hier wieder das große. Nehmen wir das. Oh, nee. So, diese Auswahl wollen wir. Ja, mal schauen, was hier drin ist. Oh. Ja, mal schauen, was hier drin ist. Ich glaube, das läuft gerade ganz gut. Gut, dass wir diese Waffe mitgenommen haben. Oh, ist jetzt jemand. Komm hervor. Okay, dann lassen wir sie mal fallen. Und sagen, bis zur nächsten Folge von Uncharted 4 Thieves End. Bis denn, ciao. Dåиру 가져ды. Gut stir engagement. Ja.